Ich habe vor ein paar Monaten ein Video über die alte Generation gemacht, so die heimlichen Mentoren dieser Welt. Und über Nacht hat sich das Video unvorstellbar schnell verbreitet und hat dabei über zwei Millionen Menschen berührt. Und es scheint, als würde jeder die Kraft und so die Tiefsinnigkeit und die Erfahrung und den Wert der älteren Generation ganz deutlich spüren. Aber die wenigsten hören wirklich zu und merken es leider erst dann, wenn es schon viel zu spät ist. Also habe ich mich entschieden zuzuhören und alles, was ich dabei lerne, aufzuschreiben. 66 Geheimnisse eines glücklichen Lebens. 66 Life Lessons. Eine Sammlung der wertvollsten Lebensweisheiten von Menschen, die nicht aus der Theorie sprechen, wie ein schwaches Buch. Sondern die all ihr Wissen wirklich erlebt haben. Wenn du also wirklich verstehen willst, was vor dir liegt, frag am besten jemanden, der schon mal da war. Musik 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 Musik